Mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter-Podcast. Auf Wiedersehen, Freunde der Sonne. Habe die Ehre. Ciao Kakao. Tschüss Adolf. Bis bald, Rian. Mach's gut. Ich muss da mal los. Bleib gesund. See you. Und tschüss. Na, welcher Verabschiedungstyp bist du? Eher so klammheimlich aus dem Staub machen? Der Sprücheklopper? Oder doch lieber mit glamourösen Abtritt, den jede und jeder mitbekommt? Gibt ja so verschiedene Typen. Zum Beispiel der langatmiger Abschied. Man selbst will endlich los und das Gegenüber fängt noch ein weiteres Thema an, so mit dem Motto, hier, das muss ich dir unbedingt noch erzählen. Oder die Oma, die beim Gehen fragt, brauchst du nicht noch was zu essen, um dann Unmengen von, ich weiß nicht was, noch in Tupper zu verpacken. Oft vertreten ist aber auch der Typ Tischklopfer. Kurz und bündig in der Runde auf den Tisch geklopft, mit dem Satz, ich mach mal so und Abgang. Ja, in der Tat begegnet einem während Corona nicht so häufig. Aber ich denke, dieser Typ wird die Krise überleben und schon bald wieder im Biergarten auf den Tisch klopfen. Auch nach Corona werden die Bussi-Bussi-VerabschiederInnen wieder erscheinen. Vielleicht sogar mehr als vorher. Wahrscheinlich aus Frankreich kommend, habe ich das Gefühl, setzt sich diese Nummer des zelebrierten Abschieds bei uns in gewissen Kreisen immer mehr durch. Für Unerfahrene birgt das Küsschen links, Küsschen rechts, viele Gefahren, weil man nie so richtig weiß, wie viele Küsschen eigentlich gerade richtig sind und ob man richtig zielt. Naja, und auch schon erlebt, sich still und heimlich einfach verdrücken. Gerade dann beliebt, wenn es schnell gehen soll. Ich schaffe das nie, aber ich bewundere die Menschen, die das können. Und hey, wer schon mal eine Fernbeziehung geführt hat, weiß auch echt, was Abschied nehmen heißt. Das sind dann logischerweise die Typen-Klammeräffchen. Dieses Gefühl, wenn der Zug im Bahnhof einrollt, die letzte innige Umarmung, das Winken aus dem Fenster und das Zählen der Tage, bis man sich wieder sieht. Furchtbar. Ich muss ja zugeben, ich stehe nicht so auf Verabschiedungen. Nun ja gut, ich glaube, richtig feiern tut das eh keiner. Aber ich habe immer das Gefühl, andere haben da mehr Talent als ich. Die kleinen tagtäglichen Abschiede, ja klar, das ist kein Problem. Aber die Größeren, die fallen mir echt nicht leicht. Irgendwie würde ich mich da am liebsten immer verdrücken, weil ich das nicht gut aushalten kann. Vor allem, wenn es klar ist, das ist jetzt echt ein Einschnitt. Also bei einem größeren Umzug oder wenn klar ist, dass ein ganz bestimmter Lebensabschnitt zu Ende ist. Ob Abi, Studium, Jobwechsel. Irgendwann ist das immer so unrealistisch. Irgendwie ist das dann immer so unreal, dass das nun zu Ende sein soll. Selbst wenn es eine Feier gibt, dann stehen da alle, halten Reden und schreiben Karten, umarmen sich und ich lächle verlegen irgendwie vor mich hin. Mir fehlen dann immer die richtigen Worte zum Abschied, weil er sich irgendwie auch noch gar nicht eingestellt hat. Als wenn mein Gefühl erst später checkt, was los ist und ein paar Tage hinterher hinkt. Also, ist vielleicht einfach so, aber naja, meine Talente liegen vielleicht definitiv nicht in diesem Bereich. Abschiede gehören zu unserem Leben. Immer wieder müssen wir was zurücklassen. Menschen, Dinge, Gefühle, die Kindheit, die Jugend, die Schule, das Studium. Das wollen wir ja auch ganz oft, weil wir uns verändern wollen, was abschließen und ein nächstes Level erreichen. Die Welt entdecken, neue Abenteuer wagen und so. Aber trotzdem, bevor das losgeht, steht nun mal der Abschied an. Und das ist eigentlich auch total wichtig und gut so. Denn um das Neue anzufangen, brauchen wir Mut und Energie. Und die haben wir nicht, wenn wir mit den Gedanken und den Gefühlen noch bei dem Alten sind. Selbst wenn sie so langsam wie meine unterwegs sind. Und das Alte ist ja auch das, was uns geprägt und irgendwie ausgerüstet hat für das, was nun kommt. Und in den ganzen erlebten Kram und die Erlebnisse wäre der nächste Schritt nicht möglich. Das gilt für die Schule und fürs Studium, wo man vor allem kognitiv ausgebildet wird. Das gilt aber auch für eine zum Beispiel beendete Krankheit oder ein Beziehungsende oder auch eigene Entwicklungsschritte. Das sind alles so Momente, wo wir so wahnsinnig viel emotional gelernt haben, nur dass es dafür zum Glück keine Schulnoten oder Zeugnisse gibt. Aber auch das prägt uns und auch das sind Abschiede, die wir nehmen, um eine nächste Stufe zu nehmen. Das Ende von was auch immer ist wichtig, auch wenn es schwer fallen mag. Aber wie man an mir merkt, ist es wichtig, den Gefühlen eine Chance zu geben, nachzukommen, zu realisieren, das ist jetzt vorbei und ich darf für die Zeit dankbar sein. Oder ich kann endlich drei Kreuze machen, dass es endlich vorbei ist. Ich darf das richtig feiern und damit meine ich nicht nur eine bestandene Prüfung, sondern, naja, also am Ende des Lebens steht ja auch eine Art Feier, eine Beerdigungsfeier. Ich will sagen, alle Abschiede, die Glücklichen, die Traurigen, die Übereilten, die Wütenden, die Endlich Anstehenden, die Erleichterten oder die mit welcher Gefühlslage auch immer, verdienen eine Feier. Vielleicht eine Art Ritual, damit die Seele checkt, das ist jetzt vorbei. Und ich bin auch für manche Sachen dankbar und bei manchen Sachen mache ich auch drei Kreuze. Denn ohne Lebewohl tut es doppelt weh. Dann wird es einfach schwieriger, in die nächste Phase zu wechseln. Vielleicht bleibt unsere Seele dann auch einfach bei dem alten Unnötigen hängen. Die Erinnerungen sind dann irgendwie andere und nicht so rund und nicht so schön. Schlimmstenfalls befinden wir uns dann zu oft in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Unsere Enten verdienen den gleichen Respekt wie unsere Anfänge und daher auch würdevolle Abschiedsrituale. Mit Sekte haben sicherlich schon die meisten bei manchen solchen Gelegenheiten angestoßen. Andere haben vielleicht auch schon diverse Erinnerungsstücke an jemanden im Garten verbrannt, auch eine Art Ritual. Ich finde, da sind der Fantasie ehrlich gesagt keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, man nimmt sich Zeit für den Abschied, damit das Neue umso schöner werden kann. Ein so ein Abschied, so hoffe ich ganz fest, steht uns bald allen bevor. Auch wenn natürlich der Coronavirus nicht aus der Welt zu schaffen ist, so endet sicherlich irgendwann in diesem Jahr nach und nach die schlimmste Phase mit SARS-CoV-2. Das verdient einen fetten Abschied. Auch wenn meine Gefühle natürlich mal wieder hinterher hinken und denken, das kann doch jetzt wirklich noch nicht wahr sein, ist es gerade deswegen wichtig, irgendwann in diesem Jahr für sich einen Punkt, einen Termin, ein Ritual, eine Party, whatever zu setzen und richtig Abschied zu nehmen. Von dem, was uns alle angekotzt hat, von dem, was Angst gemacht hat, was traurig war und von dem, was wir auch gelernt haben oder wofür wir dankbar sind. Und was vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit in dieser Zeit war. Und danach gibt es genug Energie für das Neue. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. See you. Mach's gut und bleibt gesund. Und was ich übrigens noch sagen wollte, bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Eure Marat. 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 Untertitelung des ZDF, 2020